Okay. 99 Prozent. 99 zu 1. Die CDU spricht jetzt über Lohnuntergrenzen, um den Schaden für die Banken zu begrenzen. Doch geht es nicht um Lohnuntergrenzen, wo den Oberen keine Grenzen gesetzt werden. Es geht um die Befriedung der Gesellschaft mit Almosen und Grübeln vom Tisch des Reichen. Wenn wir uns nicht wehren, werden sie es erreichen. Ich möchte euch gerne einladen zur Erlesung am 16. Dezember 2011. Zur Unterstützung der Occupy-Bewegung von Ettaug, aber nicht nur von jenen, sondern auch von der schweigenden Mehrheit, die nicht den Weg dorthin finden, weil sie bereits von Armut geprügelt, geknechtet, nicht nur den Schritt auf die Straße wagen können, sich schämend. Kunst statt Kapitalismus ist vielleicht ein dummes Schlagwort. Es müsste heißen Leben statt Kapitalismus. Und dazu seid ihr herzlich eingeladen. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dadurch macht. Also nicht mein Rachel. Ich würde mich jeżeli Brittany auch 37-12ες erwähnen. Ich quiero阶 weil alle Allied Ina і Willi. Ich Czyli nie dasselbe, weil sie es in der praxis zu tappen. Dann Souls 0.2-Dänemark сим tumor teen.